So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs Legion. Wir sind jetzt hier unterwegs bei Clan Kelly, mehr oder weniger. Erst einmal müssen wir irgendwie reinkommen. Die Frage ist, wie? Das dürfte nicht so einfach werden. Es gibt zwar was zum Deaktivieren, aber ich glaube, das findet der da nicht so lustig. So, du bist jetzt mal ruhig, denn ich muss da rein. Hallöchen, ist hier jemand? Guten Tag. Ich würde hier gerne einfach so rein. Scheint auch keine Probleme damit zu geben, ne? Das finde ich aber nett. Die haben wirklich keine Probleme damit. Ja, finde ich schön. Dann kann ich hier einfach so durchlaufen, mir noch die Schätze mitnehmen. Ich habe mit Bagley geredet. Ich habe mich schon um deinen Zugang gekümmert. Du kommst unbemerkt rein. Bitte sag mir, dass du kompetent genug warst, die Sache inoffiziell zu halten. Keine Sorge, ist alles gefälscht. Aber triff mich auf dem Dach. Das ist der einzige Ort hier, der nicht nach Pisse riecht. Ich habe Infos für dich. Das European Processing Center. Deren Prozess sieht so aus, dass sie Deportierte ein Pferchen wie Vieh und sie dann vergessen. Aber hey, alles zum Schutz von London, nicht wahr? Vor London? Ich dachte für London. Einmal drehen. Das wieder weiter drehen. Da komme ich jetzt noch nicht durch. Wo ist denn da noch was? Vielleicht sollte ich die Kamera mal hacken. So, von hier aus können wir vielleicht besser steuern. Das da muss noch gedreht werden. Ist gesperrt. Aber jetzt nicht mehr. So ist gut. Müssen wir das hier noch entsperren. Hervorragend. Und geschafft. Wir kommen durch. Erstmal holen wir uns den Schatz. Bevor wir uns irgendwas anderes holen. Vielleicht sind da Handschuhe oder ähnliches drin. Das wäre cool. Aber ich glaube, ich komme von hier aus an den Schatz gar nicht ran. Vielleicht sind die Vorhänge ja bloß Tarnung. Ne, sind sie nicht. Aber da können wir unseren Spider-Bot reinschicken. Du gehst mal los. Na, das sieht doch gut aus. Also, wo ist mein Schatz? Da. Mein Schatz. Das war halt. Danke sehr. 1984. Aha. Was war denn da? Ne, ne. Ich wollte dich gar nicht. Ich wollte dich mitnehmen. Danke. Machen wir halt so. Ist egal. Wir müssen weiter. Es gibt noch Technikpunkte. Die wollen wir uns ebenfalls holen. Hier sind wir jetzt zumindest schon mal, oh, bei der Möglichkeit wieder spielen zu können. Nehmen noch das ein oder andere mehr mit. Vielleicht wird das hier bald unser neues Hauptquartier. Das wäre cool. Ich soll dort oben hoch. Bevor ich dort hochgehe, einmal kurz umschauen. Technikpunkte sind weiter hinten. Da kommen wir jetzt so noch nicht durch. Das müssen wir später erst infiltrieren. Also gehen wir jetzt erstmal nach oben. Hallöchen. Ich rede gleich mit dir. Ich will erst die Maske haben. Was ist das denn hier? Ich könnte es deaktivieren, aber das bringt mir ja überhaupt nichts. Wenn das mal nicht eine Falle ist. Na, wer weiß. Du, Schätzelein, gehst jetzt mal nach oben. Ja, und holst die Maske. Dankeschön. Ein Garderobengegenstand wurde damit freigeschaltet. Und jetzt können wir uns ganz in Ruhe um den Auftrag kümmern. Hallöchen, mein Freund. Was ist hier los? Das hier ist schlimmer als ein Gefangenenlager. Jeden Tag sehe ich hier Leute, die von ihrem Zuhause, von ihren Familien getrennt wurden. Aber ich bleibe lieber und beobachte alles. Vielleicht kann ich manchmal helfen. So wie jetzt. Oh Mann. Also weil das illegale sind, packt die Regierung sie einfach auf einen Haufen und vergisst sie dann? Man muss sich dieses Chaos doch nur mal ansehen. Wie wollen die überhaupt mitkriegen, wenn jemandem was passiert? Ja, es sind auch schon Leute verschwunden. Laut den Akten wurden sie weitergeschickt, aber das kann nicht sein. Diesen Ort verlässt niemand. Und mit diesen Hyänen von den Kellys auf der Jagd bin ich nicht gerade optimistisch, dass ihnen hier irgendwer durchrutscht. Verdammt. Mary Kelly ist wirklich in jede unmoralische Handlung in dieser Stadt verwickelt. Stimmt. Also wegen dem, den du suchst. Am besten fängst du mit der EPC-Datenbank an. Sie führen Buch über jeden Neuankömmling. Und sei vorsichtig. Natürlich. Wir sind immer vorsichtig. Offensichtlich müssen wir dafür da rüber. Die EPC-Datenbank an deine Optik. Okay. So, da müssen wir irgendwie durch. Das heißt, wir deaktivieren das Ganze mal. Hier wird es eine Datenbank geben, in der wir nach Angel Lopez suchen können. So, und dann hauen wir erstmal alle Bösewichte aus dem Sack. Das Ding entsperren wir erstmal. Wofür auch immer das ist. Ah, hierfür. Kommen wir jetzt jederzeit hier rein und raus. Gut, weiter. Da oben gibt es noch was zum Hacken, aber ich will ja nichts hacken. Ich will ja eigentlich bloß die Leute erstmal loswerden, die hier durch die Gegend dümpeln. Hallöchen. Ah, da. So, du bist mal bitte ruhig. Ich werde ihn auch gleich mal tarnen, damit du auch ja nicht auffällst. Soll auch schnell krabbeln. Guten Tag. Du bist auch weg. So schnell kann es gehen. Schon haben wir unsere Ruhe und können uns hier ganz in Ruhe umsicken. So, wir sollen aber nicht weiter nach unten. Wir sollen weiter nach oben. Die Frage ist, ob hier irgendwo ein Weg nach oben führt. Oder müssen wir erstmal nach unten, um nach oben zu kommen. Scheint so. Okay, hier ist nichts weiter. Ist einfach bloß leer. Wir können hier höchstens noch ein Dokument mitnehmen. Na gut, dann nehmen wir das mit. Brauchen wir zwar nicht, aber haben wir halt. Fertig. Schöne Textdatei. So, ich muss irgendwie nach oben kommen. Da oben ist auch noch eine Wache. Können wir auch noch ausschalten, aber das bringt glaube ich nicht so viel. Vielleicht kommen wir von hier aus nach oben. Ja, sieht gut aus. So, vorsichtig. Hier musst du rein. Guti. Toll ist, dass ich im Prinzip nichts machen muss. Also ich habe eben nicht eine Sache gedrückt. Wir haben das eine Ding getarnt. Die eine Leiche. Und wir haben eben einfach so, sind wir auf irgendwas zugerannt und haben damit noch was freigeschaltet. Ist auch cool. So, das. Den Schlüssel will ich gerne haben. Komme nämlich überall rein. Das ist okay. Wonder Bra. Aber da komme ich nicht ran. Da muss ich erstmal hinten rum. Auch das sollten wir hinbekommen. Ich sehe nix. Das ist wirklich duster hier. Aber dieser Weg führt mich wahrscheinlich nach draußen. Ich will ja gar nicht nach draußen. Gehen wir erstmal hier durch. Nein! Warum bist du denn einfach wieder durch? Hä? Der soll schon hier bleiben. Der geht immer wieder durch. Ich soll da nicht lang. Okay. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Aber in Ordnung. Ich sehe gar nix. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ja oder nein? Gehe ich halt hier durch. Macht er auch nicht. So, jetzt aber. Erst einmal will ich die Technikpunkte haben. Er geht einfach ran. Habe ich nicht gesagt, ich will die Technikpunkte? Wo sind denn die? Wo sind denn die? Komm schon, Badly. Sag mir, dass du was gefunden hast. Habe ich. Seine Akte wurde wie hunderte andere aus der Hauptdatenbank gelöscht. Aber es ist alles belegt. Selbst bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit erledigt die Regierung ihren Papierkram noch ordentlich. Es gibt eine Aufnahme namens Ausgangsinterview. Weißt du, was wir mit Terroristen machen, Lopez? Ah, ah, langweil mich nicht, indem du das abstreitest. Wir wissen, dass du ein Dead Sack bist. Denkst du, wir hätten dich zufällig mitgenommen? Ganz bestimmt nicht, Mann. Nichts zu sagen? Hm. Tja, dann wird das hier kein Spaß für dich werden, denn ich will Informationen. Der Rest deiner Zelle, wo sind sie? Ich will Namen, Horte, alles was du hast. Haltet ihr mich für doof? Ich sage euch alles und was passiert dann? Ihr lasst mich gehen? Ich sage nichts. Ich weiß, wie das ausgeht. Oh, das glaube ich nicht. Ich werde dich den Wölfen vorwerfen. Die Kellys haben eine interessante Art, Probleme zu beseitigen. Denkt ihr, ich hätte vor ein paar Gangstern Angst? Oder vor einem Bad in der Temse? Fickt euch. Dafür bist du zu hübsch, Kumpel. Erst werden sie dich verhökern. Für Lösegeld, klar. Dann, wenn sie es bekommen haben, werden sie dich zerstückeln und in der ganzen Stadt verteilen. Was auch immer, ich komme damit klar. Du tust mir fast schon leid. Bringt ihn schon in die verdammte Klinik. Ah, shit. Sie wussten die ganze Zeit, dass er zu Dead Sack gehört. Das sieht nicht gut für Angel aus. Die Klinik hält sich an die gesetzlichen Öffnungszeiten. Das heißt, jetzt ist geschlossen. Wir müssen Angel auf altmodische Weise finden und ihren CTUS-Hub hacken. Aha. Angel ist also der Polizist. Eine gemeine Frage. Ich habe eine AR-Rekonstruktion von Angels Untersuchung erstellt. Du kannst sie dir in der Klinik ansehen. Gut gemacht. Jetzt müssen wir bloß noch in die Klinik kommen. Das scheint sie zu sein. Wir kommen ja auch ganz normal rein. Hallöchen. Oh. Nein. Oh. Ja, und dann? Ich könnte den Weg, den er genommen hat, rekonstruieren, wenn dich der Ausgang interessiert. Bleib an ihm dran, Bagley. Vielleicht ist er entkommen. Wichser! Ihn nach, bevor es passiert! Scheiße! Er haut ab! Los, ihm nach! Oh shit, sie schließen zu ihm auf. Na los, Angel! Hier, Wichser! Ja, vielleicht schafft er es wirklich. Verflucht, wir haben's verbaut. Ohne Übereinstimmung wird sie uns töten. Nein, keine Sorge. Solange er nicht beschädigt ist, ist alles gut. Die Nachfrage ist hoch beim neuen Netzwerk. Hast wohl recht. Wir intubieren ihn und fahren ihn zur Verbrennungsanlage. Das ist überraschend. Das muss der Mikrochip gewesen sein. Offensichtlich nicht nur ein Peilsender. Er wurde irgendwie aktiviert. Wenigstens sieht's so aus, als lebt Angel noch. Was auch immer diese Kelly vorhat. Wir müssen ihn finden. Und rausfinden, was sie ihm angetan haben. Und was dieser scheiß Mikrochip damit zu tun hat. Ein bisschen zu fortschrittliche Technologie für Mary Kelly und ihren Schläger-Trupp, oder? Könnte Mary zu einer fiesen Darkweb-Hacker-Gruppe gehören, wie zum Beispiel... Hm, welche nehme ich denn da? Zero Day? Interessante Theorie, Bagley. Aber schalt deine Untersuchungsalgorithmen mal ab, ja? Angel braucht uns. Die Verbrennungsanlage, die Sie erwähnt haben, ist vermutlich die in Southwark. Sie ist quasi um die Ecke. Oh ja, das ist gut. Mission abgeschlossen, unterwegs verschwunden. Dadurch haben wir auch noch weitere Punkte mit dazu bekommen. Mission gestartet, Clan Kelly's neuer Export. Ja, sie exportieren Leute. Juhu. Jetzt gehen wir hier erstmal wieder raus. Das heißt, wir werden jetzt auch nicht großartig untersucht, während wir rausgehen. Nein, wir kommen hier rein und raus. Erstaunlicherweise. Aber angeblich kommt aus dem EPC ja keiner mehr raus. Nein, niemals. Dazu muss man nichts sagen. So. Ich wollte die Falle gar nicht scharf machen. Ich wollte einfach bloß raus. Danke. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind draußen und wir dürfen jetzt zur Verbrennungsanlage. Auf geht's. Gucken wir mal, wo die sein soll. Du gibst mir mal bitte dein Auto, beziehungsweise ich nehme mir einfach das Auto. So. Weil wir es können. Und fahren rüber. Oh, das hat eine gute Lenkung. Lassen Sie das Ja sein. Fahren Sie mich nicht so an hier. Da liegen einfach bloß so Technikpunkte rum. Na aber, holla die Waldfee, die holen wir uns doch. Was einfach so rumliegt, kann mitgenommen werden. Achso, die sind hinter dem Auto. Dankeschön. Guti, dann holen wir uns jetzt auch noch das Dokument hier vorne. Ich hoffe, das ist nicht irgendwo, wo es wichtig ist. Ne, scheint so verfügbar zu sein. Perfekt. Guti. Und es gibt hier auch noch weitere Dinge. Sowohl ein Dokument als auch den Rest. Was seid ihr denn für Typen? E-Path-Unterstützer. Was sind denn E-Paths? Dem werden wir erstmal seine Waffe sperren. Das sind alles E-Path-Unterstützer. Gut gemacht. Okay. Bist du auch ein Böser? Weiß nicht. Ich kann euch nicht einschätzen. Oh ja. Bist du. So, dem haben wir eine verpasst. Dem auch. Und weiter geht's. Immer rauf da. Oh oh. Der da muss weg. Wegst du's gleich ab. Ah. Du da. Oh. Okay. Du schießt. Dann schieße ich auch. Upsala. Drohnen. Wie ungewöhnlich. Nehmen wir einfach das Dokument mit und verschwinden hier. Zusammen mit dem Safe natürlich. Oh. Klaaset. Klaaset. Dann pass mal auf. Ja, ich passe auf. Hast du auch aufgepasst? Nehme ich schon wieder eine Drohne. Was soll denn das? Muss hier weg. Ach, Gott sei Dank. Einfach deaktivieren. So, alles deaktivieren, damit mich hier keiner findet. Und wir müssen nach oben. Interessant. Was macht das Ding hier? So, du bleibst wo du bist und ich gehe hier weg. Dankeschön. Wenigstens haben wir das ein oder andere wieder mit rausgeholt. Und glücklicherweise natürlich auch unser Prestige hervorgehoben. So muss das sein. Gucken wir uns mal die Technikpunkte an. Es gibt ja jetzt noch die Möglichkeit 60 Punkte zu verwerten. Hacker eine Kampfdrohne, damit sie ihre Verbündeten bekämpft. Ist immer ganz praktisch. Ich hätte gern das hier. Aber da komme ich so schnell nicht ran. Den nehmen wir glaube ich erstmal die Profiler. Und können 35 Punkte noch nutzen. Kampf Spider-Bot. Ein nicht tödlicher Spider-Bot für kurze Distanzen mit automatischem Geschütz. Und Rüstung. Hm. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich haben möchte. Erhöht Magazinkapazität. Fügt einen Schalldämpfer für heimliche Angriffe hinzu. Tödliche, nicht tödliche Schrotflinte. Ah, ich hätte schon gern den Rest hier. Was kann ich hiermit machen? Elektrische Schlag springt automatisch auf ein nahes Ziel über. Ergänzt eine Tarnung, die manuell aktiviert werden kann. Ach komm, dann machen wir unseren Spider-Bot jetzt hier komplett fertig. Denn ist der hübsch, denn ist der gut. Und wir nehmen uns jetzt ein weiteres Auto, um wieder weiterfahren zu können. Diesmal. Karte. Da vorne hin. Das wird auch weiter verfolgt, sodass wir die Möglichkeit haben, dort direkt hinzukommen. Oh, und wir dürfen direkt zu Clan Kelly. Ne, das kann was werden. Moin. Und nach der Mission, denke ich, werden wir uns mal den Bare-Knuckle-Missionen und sowas alles widmen. Also all das, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Fußball können wir auch noch spielen. Guten Tag, ich hätte gern ein Auto. Das finde ich die Drohne nicht ganz so witzig. die hinter uns herfliegt. So, die Drohne ist mir egal. Die ist jetzt deaktiviert. Das heißt, ich habe meine Ruhe. Vorne sind noch Technikpunkte, aber ich kann sie nicht alle mitnehmen. Ich habe jetzt keine Zeit. Wir kommen ja wahrscheinlich sowieso wieder dorthin zurück. Routine. Angekommen, würde ich sagen. Und hier soll Clan Kelly sein, ja? Komme ich wieder raus? Es klappt. Bin gespannt. Wen oder was wir hier alles finden werden. Oh, guten Tag. Müsst ihr denn so viel ballern? Meine Fresse. Ich will doch hier bloß rein. Ich gehe rein.